Ich habe jetzt gerade das Holzspielset ausgepackt. Mir gefällt das ja besonders gut, wenn das aus Holz alles so gefertigt ist. Hier ist die Schokolade. Da muss ich leider sagen, dass mir das gerade entgegen gekommen ist. Ich habe es gerade wieder dran geklebt, dachte das wäre klett. Gucken, ob ich da noch mal nachkleben muss. Dann hier so kleine Besteckteile, Tellerchen. Die Teller, die sind aus Holz gefertigt. Kleine Milch. Der Apfel, der hat jetzt hier Klett. Was nicht so gut mit Klett hält, ist hier die Banane. Die hängt so ein bisschen auf halb 8. Und das Croissant. Das finde ich ja genial. Hier so eine kleine Zitrone, die passt hier genial. Hier ist noch die Tasche. Die ist noch nicht ausgepackt. Die kann man wie auf dem Bild dann so auslegen oder eben zusammenheften und da alles reinpacken.